Mit diesem Metallbügel werden Müll- und Laubsäcke zu echten Gartenhilfen. Einfach einsetzen und los geht's. Heckenschnitt, Laub und gemähtes Gras lassen sich so ganz einfach in den Standardsäcken verstauen. Mit einem Erdspieß als Aufsteller werden auch sperrige Abfälle bewältigt. Hinterher nimmt man den Bügel einfach wieder heraus. Dank einer Wandhalterung wird der Müllsack zum Abfallsammler für drinnen. Und sogar eine kleinere Variante gibt es für 60 Liter Säcke.